Am 9. September 1948 wurde Melanie Uribe geboren. Die 31-jährige Melanie war eine alleinerziehende Mutter eines achtjährigen Sohnes und arbeitete als Krankenschwester. Am 15. Dezember 1980 erschien Melanie nicht zur Arbeit. Sie war bekannt dafür, sehr zuverlässig und pünktlich zu sein und daher war es einfach nicht normal für sie, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Das Krankenhaus versuchte, sie auf ihrem Hausanschluss telefonisch zu erreichen, aber niemand nahm ab. Als sie die ganze Nacht über nicht mehr zur Arbeit erschien, entschied sich ihr Arbeitgeber, die Polizei zu rufen. Die Polizei fuhr zu ihr nach Hause und sprach mit ihrer Mitbewohnerin, die aussagte, dass sie Melanie nicht mehr gesehen hatte, nachdem sie zur Arbeit gegangen war. Am nächsten Morgen fand die Polizei Melanies Auto, das in Brand gesetzt wurde. Die Beamten durchsuchten die Umgebung nach ihr, konnten aber keine weitere Spur von Melanie finden. Die Polizei gab einen Aufruf im Fernsehen und im Radio heraus und baten alle Personen, die Informationen haben, sich zu melden. Und schon bald gingen zahlreiche Anrufe von Zeugen ein, die berichteten, sie hätten eine Frau schreien hören und dann beobachtet, wie zwei Männer in das Fahrzeug der Frau eingedrungen und weggefahren seien. Die 32-jährige Etta Smith hörte auf der Arbeit eine Radiosendung, als über das Verschwinden von Melanie gesprochen wurde. Die Sprecher erwähnten, dass man den Wagen in einer Sackgasse gefunden hatte, aber noch immer nach dem Opfer suchte. Als Etta hörte, dass die Polizei die Gegend und die umliegenden Häuser durchsucht hatte, hörte sie eine Stimme in ihrem Kopf sagen, dass Melanie nicht in einem Haus ist. Und sie hatte direkt eine klare Vision in ihrem Kopf, wo Melanie war. Sie sah eine Schlucht und eine kurvenreiche Straße mit Büschen und Hügeln. Es war auch etwas Weißes zu sehen. Aber sie kannte weder den Namen des Ortes noch irgendetwas anderes. Das war neu für sie. Etta hat niemals behauptet, eine Hellseherin zu sein. Etta wollte nicht als verrückt erscheinen, aber sie hatte das Gefühl, dass sie nicht mit sich selbst mehr leben könnte, wenn sie der Polizei nicht das Gesehene erzählen würde. Sie ging zur Polizeiwache und schilderte, dass sie eine Vision über den Aufenthaltsort der verschwundenen Frau hatte. Sie beschrieb den Ort sehr genau und der Beamte wusste, welchen Ort sie meinte. Einen abgelegenen Teil von San Fernando Valley oberhalb eines Sees. Die Beamten waren sehr skeptisch, als diese Frau in die Wache kam und von einer Vision erzählte. Aber Etta war eine glaubwürdige Person und hatte einen guten Ruf. Daher wurde ihre Information notiert. Etta sollte am nächsten Morgen um 7 Uhr morgens wieder auf dem Revier sein und ein Hubschrauber würde sie in das Gebiet bringen, um es zu durchsuchen. Auch wenn der Beamte gesagt hatte, sie würden sich die Gegend am Morgen ansehen, hatte Etta das Gefühl, dass sie sich selbst ein Bild von der Lage machen musste. Etta sagte dazu, Irgendetwas in meinem Inneren sagte mir, dass sie möglicherweise nicht rechtzeitig kommen würden. Ich wusste nicht, ob das Opfer noch lebte oder nicht. Ich spürte einfach so sehr, dass sie dort war und dass, wenn jemand zu ihr musste, er sofort zu ihr kommen musste und ich konnte es nicht sein lassen, weil es mich nicht in Ruhe lassen wollte. Ich sah sie immer wieder und wieder und wieder, also ging ich zur Schlucht. Etta hatte keine Ahnung, ob sie den Verstand verlor, aber ohne groß nachzudenken, fuhr sie nach Hause, holte zuerst ihre Kinder ab und machte sich auf den Weg. Ihre Kinder waren zu diesem Zeitpunkt erst neun oder zehn Jahre alt, so dass sie zusammen mit ihrer 20-jährigen Nichte ins Auto setzte und zu der Stelle fuhr, die sie vor Augen hatte. Beim Näherkommen fühlte Etta die Anwesenheit von Melanie, was ihr bestätigte, dass sie irgendwo hier in der Schlucht war. Irgendetwas sagte Etta, das sie anhalten sollte. Also stieg sie aus und sah sich Reifenspuren aus der Nähe an. Sie steckte ihre Finger in die Abdrücke und es war fast wie elektrisierend. Sie spürte, dass sie auf der richtigen Spur war. In diesem Moment sagte Ettas Tochter, sie habe etwas im Gebüsch gesehen. Als sie sich dem Gebüsch näherten, konnte Etta erkennen, dass es sich tatsächlich um eine Leiche handelte. Und sie konnte lediglich die weißen Turnschuhe erkennen, die aus einem Busch herausragten. Ihr war klar, dass es Melanie sein musste und während sie sich umschaute, war der Ort genau so, wie sie es in ihrer Vision gesehen hatte. Sie verständigte die Polizei, die schnell am Tatort eintraf. Eine Autopsie ergab, dass es Melanie war. Sie wurde entkleidet im Gebüsch zurückgelassen. Allerdings blieben die Mörder von Melanie weiterhin auf freien Fuß. Die einzige wirkliche Spur, die die Polizei zu diesem Zeitpunkt hatte, war ein Zeuge, der sagte, er habe gesehen, wie zwei Männer in Melanies Wagen eindrangen. Und die Polizei fragt sich, woher Etta wusste, wo die Leiche von Melanie sein würde. Die Beschreibung war einfach zu genau und dann fand sie die Leiche auch noch, bevor die Polizei sie gefunden hatte. Das war sehr verdächtig. Die Polizei hatte nun Etta unter Verdacht. An diesem Abend wurde Etta auf die Polizeiwache gerufen. Etta erzählte später von den beiden Polizisten. Sie wollten, dass ich ihnen erkläre, wie sich die ganze Sache abgespielt hat. Und das schien mir ganz normal zu sein. Aber nachdem ich das Gefühl hatte, dass ich ihnen alles erzählt und die Lücken gefüllt hatte, hieß es, okay, fangen wir nochmal von vorne an. Erzähl uns das noch einmal. Also gingen wir die Geschichte noch einmal durch. Und noch einmal. Und noch einmal. Das ging stundenlang so, bis etwa 22 Uhr an diesem Abend, als mir klar wurde, dass ich jetzt eine Verdächtige bin. Für die Polizei schien sie zu viel über das Verbrechen zu wissen, um nicht beteiligt zu sein. Auch wenn sie Melanie nicht selbst umgebracht hatte, glaubten die Beamten, dass sie entweder vor oder nach dem Mord als Mittäterin infrage kam. Auf der Polizeiwache wurde Etta zehn Stunden lang verhört. Sie konnte dem Beamten weder erklären, wie noch warum diese Vision entstanden war. Aber sie bestritt während der gesamten Befragung, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben. Anschließend bestand Etta zwei Lügendetektortests. Aber weil die Detektive immer noch glaubten, dass Etta den Lügendetektor austricksen wollte, als sie versuchte, die Luft anzuhalten, gingen die Beamten sogar so weit, Etta zu belügen, dass sie den Test nicht bestanden hätte. Sie wollten so herausfinden, ob sie Etta dazu bringen könnte, endlich nachzugeben. Als sie nicht einknickte oder nicht das lieferte, was man von ihr wollte, wurde sie wegen Beihilfe zum Mord verhaftet und für einen Zeitraum von vier Tagen ins Gefängnis gebracht. Glücklicherweise wurde bald alles aufgeklärt. Ein Polizeiinformant meldete sich und sagte, er habe gehört, wie einer der Mörder in seiner Nachbarschaft mit dem Mord geprallt und davon gesprochen habe, dass er und seine Freunde die wahren Mörder seien und dass sie damit davonkommen würden. Der Mann, der so damit geprallt hat, wurde verhaftet und warnte sich schnell gegen seine Komplizen. Die wahren Mörder waren ein 17-Jähriger, den man aufgrund seines Alters nicht näher benannte, so wie der 21-Jährige Spencer Nelson und der 20-Jährige Louis Cannell Morgan. Genau wie die Zeugen beschrieben hatten, sprangen diese drei Männer in den Wagen von Melanie und zwangen sie, an einer Ampel in die Schlucht zu fahren. Dann griffen die Männer sie an. Melanie verstarb an den Folgen von stumpfer Gewalteinwirkung. Aufgrund dieses umfassenden Geständnisses wurde Etta Smith am 21. Dezember aus dem Gefängnis entlassen. Die Polizei hatte festgestellt, dass sie keine Verbindung zu den Tätern oder dem Mord hatte, obwohl sie sich immer noch nicht rational erklären konnte, woher sie wusste, was sie wusste. Etta hatte keine Erklärung für ihr plötzliches Auftreten von übersinnlichen Fähigkeiten und sagte Folgendes. Ich frage mich manchmal, was mit dieser unschuldigen Person, die ermordet wurde, passiert ist und wie ihr Tod mich irgendwie erreicht und berührt hat. Ich denke, es ist eines der Geheimnisse des Lebens, dass uns im Laufe unseres Lebens viele Dinge passieren, die unerklärlich sind. Später reichte Etta eine Klage wegen unrechtmäßiger Verhaftung gegen die Polizeibehörde ein. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Ruf in den Schmutz gezogen wurde und wollte einfach ihren Namen reinwaschen. Sie forderte eine Entschädigung von 750.000 Dollar. Während des Prozesses wurde immer wieder behauptet, Etta wolle einfach nur berühmt werden und dass sie vielleicht einen der Mörder zufällig gehört hatte, als er über die Tat sprach und dass sie sich deshalb diese Geschichte über ihre Vision ausgedacht hatte. Etta hat während des Prozesses immer wieder bestritten, dass sie berühmt werden wollte. Doch eine Undercover-Polizistin, die mit Etta in eine Zelle gesperrt wurde, sagte, dass Etta davon sprach, ein Buch zu schreiben und einen Film über ihr Erlebnis zu drehen. Etta gab an, die ganze Situation sei einfach so seltsam gewesen, dass es wie ein Film geklungen habe, aber sie habe nie berühmt werden wollen. Am Ende sprachen ihr die Geschworenen 24.000 Dollar zu. Laut Etta hatte sie nie wieder eine Vision und es sieht nicht so aus, als hätte sie jemals versucht, ihre Fähigkeiten zu Geld zu machen.